Achtung, der Salzburger. Heute wird es ganz persönlich. Wir besuchen John Hughes, den Eishockeystar der Red Bulls, bei sich zu Hause und schauen mal, wie er so lebt und besonders, wie es ihm als frischgebackenen Papa so geht. So, schauen wir mal. Hi Johnny. Hallo, Christy. Johnny, seit Frühling bist du stolzer Vater von Levi. Wie hat sich dein Leben verändert seither? Ja, für mich ist das eine neue Liebe mit deinem Sohn. Aber das ist aus mir eine gute Zeit und ein richtig guter Timing. Mhm, der richtige Zeitpunkt. Ja, wirklich. Und wir sind so froh, dass wir ein gesundes Kind haben und ein glücklicher Kind. Ja, das sieht man. Glückliche Familie. Sind vielleicht sogar schon weitere Geschwister in Planung? Für mich, ja. Ich hoffe mehr. Ich sage immer, dass ich meine drei Kinder zu haben möchte. Okay, was sagt du Michaele dazu? Ich stimme zu, fange mit dem zweiten. Eins nach dem anderen. Ein nach dem anderen Gang, genau. Wie schaut denn ein typischer Leben, äh, ein typischer Tag im Leben des John Hughes aus? Äh, ein typischer Tag ist, in der Früh, ich esse mein Frühstück mit der Familie. Mhm. Und dann geht's zum Training und dann kommen zurück. Für einen Nap vielleicht, wenn das geht. Mhm, wenn der Leben verstanden ist. Ja. Und dann schlafen wir in der Nacht und dann schlafen wir den nächsten Tag. Eigentlich ganz normal. Ganz normal, wirklich. Fühlst du dich jetzt nach acht Jahren hier in der Stadt als richtiger Salzburger? Ja. Ja. Aber die Sprache vielleicht ist schwer für mich. Ich hoffe, ich bin besser und besser, aber das ist super schwer. Aber anders als das, wie für mich gefühlt wie ein Salzburger, ja. Das ist eine super Stadt für mich und die beste Stadt in Europa. Mhm. Gut für uns sein es vor, ne? Ja. Ähm, ich hab gehört, du sprichst auch ganz gut Dialekt. Welche Wörter kannst du deinen Dialekt? Ja, ja. Ich kann sagen, Kusti und Fütti. Ja. Und, äh, Oes Gute. Ja, das ist, ich kann sagen, ein Dialekt. Das ist immer schwer zum Dialekt verstehen, weil mit Mikaela's Familie, die spricht so viele Dialekte und so ein richtiger Dialekt, so das ist gut für mich. Okay, verstehe. Ja. Oh ja, man lernt jeden Tag was Neues, gell? Ja. Ähm, noch eine Frage zu deiner Eishockey-Karriere. Ähm, was ist dein persönliches Ziel für diese Saison und was auch darüber hinaus, also für die weitere Karriere? Ja. Ja, das Ziel für mich ist, zu spielen, wie lange ich kann, zum 40 oder zum, wie lange ich kann. Und das Ziel für die Mannschaft und auch für mich ist, wie immer mit der Meisterschaft. Mhm. Wieder zu gewinnen. Genau. Super. Wir halten die Daumen. Danke. Der Salzburger. For man only. www.salzburger.online